Das Programm zum diesjährigen Teschenmarkt in der Hoyerswader Altstadt ist am Donnerstag in der Lausezahle vorgestellt worden. Ihr findet vom 11. bis 13. Dezember wieder vom Altstadtmarkt bis hin zum Schloss statt. Rund 60 Stände und drei Fahrgeschäfte sollen für das entspannte Flanieren sorgen. Ein buntes Bühnenprogramm unter anderem mit Zirkus, einer Feuershow und traditionellem Krippenspiel, aber auch ein Lampignon-Umzug sowie natürlich Weihnachtsmann-Besuche sind geplant. Eine Neuerung bietet das fertiggestellte Bürgerzentrum. Im Gebäude stehen Bastelangebote der Kulturfabrik sowie einer Lounge zum Aufwärmen zur Verfügung. Das Programm ist übrigens komplett im Internet unter www.heuerswader.de zu finden.